Applaus Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir fühlen uns geehrt, dass wir an diesem Ort ein Konzert geben konnten und einen so warmen Zuspruch erfahren haben. Und ja, eine kleine Zutat haben wir natürlich noch im Koffer sozusagen. Und das ist wiederum ein Stück von Mozart aus der Zauberflöte. Und das ist wiederum ein Stück von Mozart. 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 Und das ist wiederum ein Stück von Mozart.